So, dann kommen die hier oben an der Oberseite, so als Weg. Unten drunter kommt dann... Hilfe! Unten drunter kommt dann ja die Beleuchtung. Und wenn man auf dem Weg ist, sieht man dann halt die Beleuchtung nicht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hallo, da und da und da. Und die müssen wir halt einmal irgendwie ausrichten. Ich würde die gerne mit der anderen Seite nach oben haben. Oder geht das nicht? Ja gut, dann ist das so. Dann ist das auch okay. Und hier muss ich auch einmal ausrichten. Äh. Nein? Zumindest ist es auf beiden Seiten gleich. Oh, hat genau gereicht. Mh. Ja. Yes. Ja, man könnte sie natürlich auch von der anderen... Ich glaube, wir machen die von der anderen. Dann haben wir einmal mehr Platz zum Laufen. Und, äh... Die stehen hier an den Seiten nicht über. Das bedeutet... Äh... Hier. Hier. So. Ja, viel besser so. Kommt man natürlich unten nicht mehr dran. Aber das ist nicht schlimm. Das kann man ja nochmal wieder aufmachen. Und schon hat man hier einen wunderbaren, äh... Sicherheitsgang. Der... Leider weit weniger rund aussieht, als ich ihn eigentlich haben wollte. Weil das halt so. Gut. Na, wie gesagt, also es wäre hier eigentlich noch ein breiter. Was ich jetzt mal eben über gucken wollte. Ob das vielleicht besser aussieht. Wenn man es zu macht. Zu. Ist dann halt eckiger, ne? Ist dann halt eckiger. Aber ich finde es tatsächlich so eckiger irgendwie ein bisschen schöner, als dieses... So nicht runde... So gewollt, aber nicht gekonnt runde. Hm. Ich glaube, wir ersetzen das. So. Ist ja auch egal. So. Ja, unten, wie gesagt, Kormeselampen rein für die Beleuchtung. Und dann, äh... Dann passt das dann. Ja. So ist, glaube ich, okay. Bisschen okayer. Kann man vielleicht sogar hier... Das Ganze einmal irgendwie... Fehlen jetzt natürlich welche, ne? So, was brauchen wir? Vier Stück. Vier Stück. Und her damit. Ach, und von den Schmalen brauchen wir ja dann auch wieder welche. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und von den Schmalen müssen wir welche machen. Das heißt, nochmal nach oben laufen. Wir haben ja auch sonst irgendwie keinen Grund, nach oben zu laufen. Und dann machen wir zwei Set. Und dann hatten wir diese hier genommen, ne? So, zack. Da schon mal den Replace erzücken. Bestes Tool ever übrigens, ne? So, zack und zack. Zack und zack. Schiff, rechts, klick und rechts, klick. Schiff, rechts, klick und rechts, klick. Und einmal nach oben und nach oben. Bei der Gelegenheit. Müssen wir gleich nochmal auch noch von den Flachen hier holen. Zwei Stück. Und wir brauchen sonst erstmal nichts weiter. Okay. So, ab in den Untergrund zurück. Weil, ist so. Und dann, der kommt weg. Und dann. Dab, dab, dab. So. So, ist schön. Gefällt mir. Ja, zweite Wahl. Aber immer noch besser als die nicht gekonnte erste Wahl. Gut, da kommen dann auch wieder hier, wie hier, die Stahltüren davor. Vielleicht sogar auch wieder mit einer Funktion mit Plate. Und dann rein und dann rüber und dann geht er los. Was man natürlich auch machen kann, irgendwie, man kommt hier halt rein. Dann geht die Tür natürlich wieder zu. Und dann löst hier mit einem Player Detektor die zweite Tür aus, dass man so eine Schleuse hat quasi. Oder mit so Schalter, ne. Dass man hier einen Schalter umlegt, die Tür geht auf, man geht rein. Oder man drückt einen Knopf, Tür geht auf, man kann reingehen. Man drückt hier einen Knopf, die Tür geht zu, die Tür geht auf. Und wenn man wieder zurück geht, ne. Man drückt einen Knopf, dass die Tür aufgeht. Man kommt rein. Drückt hier einen Knopf, ne. Tür geht zu, Tür geht auf. Und, äh, boah, das wäre doch was. Und da könnte man dann hier an der Wand irgendwie die Knöpfe machen für. Oh ja, oh ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir später. Obwohl, merke ich mir das noch so lange. Ähm, natürlich nicht in dieser Aufnahme-Session, aber in einer späteren Aufnahme-Session. Wir sagen wir eigentlich schon kurz noch eins, meine Güte. Wo wir dabei sind. Wir machen den Gang jetzt eben auch einmal irgendwie richtig. Dann haben wir den auf jeden Fall fertig. Ähm, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Kobbel. Wir brauchen... Ah, eine ganze Menge Kohl, eine ganze Menge Mese-Pulver. Und wir brauchen hiervon, ups, hiervon neun Stück. Ja, komm, das reicht dann. Und wir brauchen davon so achtmal Mese. Die teilen wir uns natürlich wieder auf. Also ich arbeite hier nicht mit den ganzen Mese-Blöcken, auch wenn die natürlich irgendwie, ja, nicht wertlos sind, aber weniger Wert haben, als sie eigentlich hätten. Weil wir ja die Mod haben, die wunderbar irgendwie, äh, ja, das machen kann. Das, äh, Mese. Industrial Mese, ja, äh, genau. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch, was ich meine. Aber es ist spät in der Nacht. Ähm. Müssen wir das Eisen doch nochmal wieder brennen jetzt, ne? Machen wir hier mal ein bisschen Eisen rein und dann geht's los. Ah, hier dieses Loch, ne? Also ganz ehrlich, ich hoffe, wenn ich da irgendwas hinbaue irgendwann, dass das nicht mehr passiert. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen wandern. Wir lassen lassen, lassen wir eben kurz das Eisen brennen. Aber hier die Brücke, die muss ja auch noch gemacht werden irgendwann, ne? Hab ich denn Kies? Ich hab auch weder Kies noch Hammer noch sonst irgendwas dabei. Aber das ist kein Problem. Wir haben alles da, um uns, äh, entsprechendes zu machen. Zack, dann schon haben wir Kies. Äh, ähm, ich hatte hier ursprünglich mal irgendwann ein Brückendesign gebaut. Ich glaub, hatte ich das hochgeladen? Ja, ne? Aber ich hab die Brücke dann wieder abgerissen, weil dann doch doof war, ne? Das neue Design wird ein bisschen einfacher werden. Wir werden einfach einen kleinen Bogen haben, der hier rüber spannt und dann hat sich das Thema dann erledigt. Also es gibt, äh, in dieser Welt gibt es viele Baustellen, aber ich hab keine einzige Baustelle vergessen bisher. Wir werden die alle irgendwann fertig machen. Und auch die neuen Baustellen, die wir anfangen, nur das, äh, das Dörflein und, äh, die, die Burg sind natürlich auch alles Dinge. Na, da oben kommt ja irgendwo die Burg hin, da hinten kommt irgendwo das Dorf noch hin. Das sind ja alles Dinge, die wir irgendwann auch nochmal machen müssen. Ähm, das bleibt natürlich nicht so. Mir geht's nur erst einmal darum, dass wir jetzt hier einmal rüber bauen, um zu wissen, wo die Brücke endet. Na, nämlich hier. Und hier geht dann der Weg weiter. Und vielleicht kann man diese Schräge hier sogar nutzen, um dann hier schon mal so ein bisschen runter zu gehen. Wir wollen ja den Weg, äh, nicht so weit oben lassen, sondern wir wollen den hier unten längs führen. Keine Ahnung, irgendwie so, so zwei, drei Nodes über, über dem Wasser maximal. Ähm, müssen wir auch nochmal machen, so. Also, wie gesagt, ne. Da endet dann die, die Brücke da drüben auf der Höhe. Weil in der Brücke baue ich jetzt nicht, dass das runter geht, sondern die Brücke, die bleibt natürlich so. Und dann geht's unten irgendwo weiter. Na, dann geht's erst mit Treppen runter. Und dann geht's unten weiter. Nicht ganz unten, äh, weil da hier, ne, da, da, hier die Bäume, das sollte so bleiben. Ich würde also über den Bäumen hier längs gehen. Keine Ahnung, hier auf der Höhe. Wäre ich dann zwei über dem Wasser. Und ich wäre immer noch weit genug von der, hallo Kuh. Und ich wäre immer noch weit genug von der, ich glaube, so zwei über dem Wasser ist, ist okay. Mit dieser Brüstung hier wären es dann, ja, zweieinhalb, drei und dann, äh, dann passt das dann schon. So, äh, das Eisen müsste inzwischen durch sein. Sehr gut. Dann machen wir eine Form und noch eine Form. So. Und so wird's dann aussehen, naja. Ähm, das machen wir jetzt mal eben so. Ah, kurz einmal umsortieren. Das kommt hier hin, das kommt hier hin und, äh, das kommt hier oben rein und dann kommt das hier rein und das kommt raus. Das ist so der einzige Vorgang, der einen kleinen Momentchen dauert. Aber dafür kriegen wir ja auch wertvolles Zeug, was wir, oder Zeug, was wir sinnvoll benutzen können, was eine massive Erleichterung ist fürs Spielen insgesamt. Weil, wie gesagt, Mese ist dadurch relativ problemlos zu kriegen. Und das ist ja ein Zeug, was man immer mal wieder braucht. Hm. So. Einmal noch. Zack. Und dann machen wir den einmal wieder voll und dann machen wir das hier rein und dann machen wir das hier rein und dann machen wir hier mal so. Die brennen wir dann aber drüben. So. Und jetzt für da raus. Der hier oben. Da habe ich Stein gebrennt für wahrscheinlich die Dinger da unten. Die brauchen wir jetzt natürlich erstmal nicht mehr, das heißt, wir lassen den Stein hier. Naja gut. Lassen den da nicht drin, dann hat sich das jetzt auch erledigt. So, dann lassen wir das hier rein. Und dann schmeißen wir den Stein. Haben wir den hier irgendwo. Links Kobbel. Alles klar. Da schmeißen wir den anderen Kobbel mal mit rein. So. Ähm. Der gute Kobbel. Der gute Kobbel, ne? Wer kennt ihn nicht? So. Stock. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das scheiß Ding brauchen wir auch nicht mehr. Cooler brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen wir auch nicht mehr. Wir machen uns auf jeden Fall aus dem Mese, was da gerade ist. Da brennt noch mal eine Spitzhacke. Na gut, aber das brennt noch vor sich hin. So. Also, wir kommen hier rein. Bin ja mal gespannt, wie weit ich tatsächlich hier bauen kann, ohne dass mir irgendwas passiert. Bin ich hier, da bin ich dahinter. Okay. Bin ich hier irgendwo? Nein. Gut. So. Wir bauen uns, äh, gucken mal. Die Breite. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, es passt doch wie gewollt. Ist eher so ein bisschen Zufall, dass das fünf sind. Es sind jetzt einfach fünf. Jetzt baue ich wieder so ein bisschen Freestyle. So, ab dem Moment habe ich jetzt wieder keine Ahnung, was da machen. So, dann gehen wir... Drei. Da, 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 da. Drei. Dann machen wir nämlich hier. Also, diese Folge hier, das wird wieder eine, eine Steinklopf-Folge. Ja. Und bevor wir gleich alles machen müssen, wir erstmal in die Decke reinziehen, sonst wird das wieder Aufwand. Und... So. Ja, hier ist zu. Also. Da, 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 da. Genau. Dann machen wir nämlich hier. Hier haben wir so eine Berüstung quasi. Das heißt, hier, äh, die drei bleiben oben. Danach geht es ein bisschen runter. Das heißt, wir müssen hier oben die Decke reinziehen, da wir sonst irgendwie nicht mehr oben dran kommen. Das heißt, wir ziehen hier... Reißen das hier einmal raus. Das Licht machen wir dann später natürlich irgendwie, äh, im, ja, im fertig gebauten Zustand und ziehen die Lampen dann hinterher rein. Das ist ja kein Problem, wie wir das dann machen, können wir dann immer noch mal gucken. Das heißt, ich mache jetzt erstmal alles zu. Jetzt habe ich natürlich das ganze Zeug irgendwie oben reingelegt. Top mitgedacht. Top mitgedacht. So, hier brauchen wir. Würde eh nicht reichen. So, das heißt, wir brennen gleich mal das nächste Cobblestone. Das ist dann auch schon okay. So, äh, wir machen uns die da Meselampen. Ach, guck mal, hier war auch noch. Hab ich denn auch noch... Ne, hab ich nicht mehr. Schade, ich habe kein Holz mehr. Da waren nur Blätter drin. Da ist noch Holz drin. Ah, sehr schön. Und so, dann machen wir nämlich hier mal erstmal noch eine Spitzhacke. Oder zwei. Weil, werden wir definitiv brauchen. Dann gehen wir einmal rüber, weil wir ja noch Glas brauchen. Glas haben wir hier auch noch in der... Na komm, haben wir hier auch noch in der Kiste. Glas, Glas, Glas. So. Und dann, wie gesagt, also eine ganze Lampe da zu verwenden, äh, bringt nichts. Ist genauso hell wie das andere Zeug auch. Das heißt, wir machen uns hier die Plättchen draus. Äh, 32. Da können wir ein bisschen was mit auskleiden gleich. Und zwar habe ich den... Ja gut, den habe ich oben. Den guten Replacer, den brauchen wir nämlich gleich wieder. Das heißt, wir können mal die Kohle wegtun. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann ziehen wir nämlich eine Reihe hier einmal raus, dass wir hier unten arbeiten können. Und zwar... Hier ist es halt wieder super, ne? Weil, wenn man hier an die Oberkante von dem Note tippt, dann setzen die sich einfach an die Oberkante. Wie sich das gehört. So. Hierzu und dann Replacer-Action. Und rechtsklick. Und rechtsklick. Und rechtsklick. Und rechtsklick. Und rechtsklick. Und ab. Und ab. Und ab. Und schon haben wir unseren schön beleuchteten Gang, der halt leider eben nicht so schön rund ist, wie er hätte sein können. Und wir haben sogar noch ein bisschen was über. Um hier auch mal gleich... Hier lassen wir. Wir machen hier weiter. Zack, 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 da, 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 da. Und jetzt gehen wir doch mal einmal zurück. Hier müssen wir hier. Hier müssen wir das Ganze hier auch noch machen. Da machen wir aber erst oben bei dem Gang, den wir mal zuerst gebaut haben. Einfach nur, weil wir den zuerst gebaut haben und auch dann natürlich zuerst fertig haben wollen. Zack. Unterkante und ausgefüllt. Was man hier natürlich auch machen könnte, man könnte die etwas größeren Slabs nehmen, wo dann eben nur so eine Kante fehlt. Dass die so ein bisschen eingerückt sind in die Decke. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen die jetzt erstmal schön zu. Das ist nämlich das, was ich mir eigentlich hier oben denke. Diese komischen Glowglass-Dinger, da kann man halt durchgucken und sieht dann immer, was drüber ist. Und bei denen hier, bei den Mieselampen, sieht man es halt nicht. Und die tun, was sie tun sollen. Die leuchten schön und dann hat man es dann hier schön hell. Wo ist natürlich alles mit Mieselampen irgendwann. Aber wir haben genug Mieselampen, ich habe nur keinen Bock, das jetzt zu machen. So. Das war das. Bei der Gelegenheit. Na, den Schraubendreher natürlich nicht. Aber ich glaube, ne, die konnte man, glaube ich, eh nicht drehen. Na, weil ich hätte dann hier unten gerne wie oben auch die Streifen drin. Aber das geht nicht. Naja. Da kommt erstmal die Decke rein. Ah. Ups. Ups. Und bei der Gelegenheit kann man vielleicht gleich mal abzählen, irgendwie, wie das dann mit den Lampen wäre. Ja, passt. Einen vom Rand weg und dann immer zwei. Vielleicht kann man auch ein anderes Lampendesign machen, aber das ist, glaube ich, das geht schon so. Jetzt übergangsweise hängen wir sie jetzt erstmal an der Decke. So. Dann gehen wir rein. Wir haben jetzt hier drei. Das heißt, wir hätten dann sieben. Dann hätten wir zehn. Also sieben. Machen wir zwölf. Dann haben wir eine 15er Tiefe, oder? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. So. Herr genug. Sechs. Sieben. Dann hätten wir nämlich jetzt mit der Brüstung zehn. Und jetzt gehen wir noch fünf weiter. Eins. Zwo. Drei. Vier. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Und hier ist dann Ende. Kann man nämlich von der Brüstung ja diesen Raum überblicken, wo dann die Kabel ankommen, wo die Batterien stehen und ich glaube, das geht ganz gut. Eins. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So. Kurz mal die Jacke austauschen. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Habe ich mich verzählt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Vierzehn. Fünfzehn. Und die Brüstung sind achtzehnes. Moment. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ich habe tatsächlich zu viel gezählt. So. Egal. Dann kommen wir auf jeden Fall auf der anderen Seite richtig raus. Dann passt das dann schon. Da. Dann wissen wir, dass wir den Teil hier wieder zumachen müssen. Und dann haben wir nämlich jetzt was, was wir ausfüllen können. Natürlich dann irgendwie einen höher. Weil wir ja noch in die Decke reinziehen müssen. So. Decke können wir auch gleich mal gucken. Eins, zwei, zack. Eins, zwei. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Zwei, zack. Eins, zack. Als wenn es gewollt wäre, ne? Wie abgezählt. So. Dann holen wir das hier nämlich einmal alles weg. Komm, wir gehen hier. Wir gehen hier so durch. Geht dank der Spitzhacke jetzt zum Glück relativ schnell das Ganze. Die ist effizient. Wobei vielleicht auch nicht effizient. Weil sie bei dauerhafter Benutzung ja nicht so extrem lange hält. Aber sie ist auf jeden Fall schnell. Und das ist glaube ich auch was Gutes, dass es schnell ist. So. Dann sind wir nämlich schnell fertig mit den Dingen. Nicht, dass ich gerne schnell fertig werden würde. Aber dann können wir schnell uns um Dinge kümmern, die interessanter sind als Steine zu klopfen. So. Ich hoffe mal, dass hier uns nichts irgendwie runterkommt gleich. Oder dass wir irgendwo rauskommen. Man kann doch so ein bisschen gucken, ne? Guck mal hier. Wo sind wir denn hier? Da ist der Wald. Guck mal, hier ist das Haus. Da ist der Wald. Wir sind hier unterm Wald. Und wir haben hier noch genug. Also wir kämen tatsächlich, wenn wir hier jetzt uns lang bauen würden, hinten irgendwo raus beim Wasser. Da sieht man, da ist das Wasser. Da kommt man raus. Und das Entweder ist da eine Höhle oder da ist ein Erdvorkommen oder so. Das ist auf jeden Fall ein Höhlengang. Da ist ein Dungeon. Und da ist die andere Höhle. Zumindest der Teil, den wir schon mal ausgeleuchtet haben. Gut zu wissen. Zum Glück gar nicht gescheatet. Ja, wir sind, glaube ich, hell genug. Dann können wir auch gleich mal nochmal gucken, wenn wir tief genug sind. Oder wenn wir groß genug sind. Ob man vielleicht hier dann so ein bisschen Rundung reinbringen kann. Ja, wir schauen gleich mal. Gut, hier ist natürlich arg finster. Da machen wir da mal eine hin. Einmal rum. Dann ist alles weg. Okay. Und da ziehen wir dann jetzt Decke rein.